Ah, hi, da seid ihr ja schon. Herzlich willkommen bei Murks Manufaktur. So, Rote können schimmeln. Was könnt ihr? Ja, das ist unsere Werkstatt hier. Hier wird malocht, weil von nichts kommt ja nichts. Das ist die Ludmilla, unsere Sekretärin. Hey, haben wir aufzubohren. Wir drehen hier gerade. Und alles fehlt. Ja, sich hier, oder? Ja, sich hier, oder? Ja, vor zwei Jahren hat sich der Kalli hier während der Arbeit seinen rechten Daumen abgesägt, der Vogel. Und da habe ich gesagt, da müssen wir was machen. Blut verklebt die Maschine. Ja, und seitdem haben wir seit dem Sommer für unsere neuen Azubis den neuen Simulator. Ja, ab dem 26. April könnt ihr auch mal rankloppen, um rauszufinden, ob der Job im Handwerk nicht was für euch wäre. Denn da stehen wir in Stuttgart in der Nähe vom Schlossplatz. Auf ihr Lappen, komm! Denn 2017 haben wir wieder neues Azubi-Frischfleisch. Und, weißt du, das Leben ist kein Friseurbesuch. Das ist mein Motto. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Hey, mach mal nicht so einen Lärm, du Murks. Ich will hier singen. Wollt ihr einen Daumen eigentlich mal sehen? Vom Kalli? Ich habe den oben, einen Gefrierer. Vom Kalli? Janeат